Ladies and Gentlemen, es ist mal wieder so weit ein Video zu Capture One kommt und heute geht es um versteckte Symbole. Viel zu viele von euch benutzen zwar Capture One schon ganz fleißig, aber übersehen so viele kleine Einstellungsmöglichkeiten oder auch die ein oder andere Zeitersparnis, weil sie die passenden Symbole gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich zeige euch heute, welche Funktionen ihr auf jeden Fall mal testen solltet. Ich würde sagen, Video ab. Capture One bietet dir so viele Möglichkeiten, dein Bild auf ein neues Level zu bringen. Dazu gibt es auch jede Menge Funktionen und Menüpunkte und Untermenüpunkte. Vieles. Ich will dir zeigen, welche kleinen Pünktchen du auf keinen Fall übersehen solltest, damit du die wichtigsten Einstellungen oder Funktionen auf jeden Fall im Fokus hast. Hier findest du alle wichtigen Dinge. Viel Spaß. Zuerst einmal konzentrieren wir uns auf unsere Werkzeuge, denn da sind wir täglich am Bearbeiten. Hier siehst du bei den meisten Werkzeugen einen Zauberstab, dann diesen Pfeil in beide Richtungen, einen geknickten Pfeil, dieses Burger Menü und die drei Punkte. Die solltest du auf jeden Fall im Blick haben, auch wenn du sie nicht immer brauchen wirst. Die wohl wichtigste Funktion ist dieser geknickte Pfeil. Den klickst du pro Werkzeug einzeln an und resetest damit das komplette jeweilige Werkzeug. Du kannst aber auch die Alt-Taste gedrückt halten, dann mit der linken Maus auf diesen Pfeil klicken und dabei die Taste gedrückt halten. Dann siehst du einen praktischen Vorher-Nachher-Effekt nur dieses Bedienfelds. Das ist eine wichtige Funktion. Wenn wir schon beim Thema Vorher-Nachher sind, dann kannst du auch deine Maus auf den jeweiligen Namen dieses Werkzeugs einmal klicken, halten. Und solange du ihn gedrückt oder die Maus-Taste gedrückt hältst, siehst du wieder den Effekt auf Null gesetzt. Wenn ich ihn loslasse, springt er wieder auf den Wert, der zuvor eingestellt war. Auch eine praktische Vorher-Nachher-Funktion. Der Zauberstab, ich persönlich mag ihn nicht so gerne, gibt dir eine automatische Anpassungsmöglichkeit für dein Bild. Da gibt es verschiedene Algorithmen. Capture One ermittelt, was für Bild- und Luminanzwerte hat das jeweilige Bild. Und dann sagt er hier, so würde er jetzt hier den Tab Belichtung für dein Foto machen. Ich finde es nicht gut, denn wir in der Bildbearbeitung wollen ja bewusst und fokussiert die einzelnen Werkzeuge nutzen, um einen Effekt zu erzielen, den wir wollen. Deswegen ignoriere ich diesen. Der geknickte Pfeil hilft dir dabei, dass du Einstellungen schnell auf ein zweites Bild kopieren kannst. Dazu wähle ich mir jetzt einfach mal ein zweites Bild aus. Klicke jetzt hier in dem Fall mit der CMD-Taste bei Mac oder der Steuerungstaste auf Windows einfach auf mein zweites Bild. Und jetzt möchte ich meine Belichtungseinstellungen hier übertragen. Klicke also auf den Doppelpfeil, sage, welche Einstellung ich übertragen möchte, klicke auf Anwendung und zack, sind diese Einstellungen ganz schnell übertragen. Praktische Funktion. Das Burger-Menü ist das sogenannte Preset-Menü. Das bedeutet, ich kann bei meinen Effekten gewisse Einstellungen speichern. Dazu klicke ich auf das Burger-Menü, klicke hier auf Benutzer definierte Voreinstellung speichern. Zum Beispiel jetzt in dem Fall hier speichere ich mir die Einstellungen, klicke auf sichern und kann ihm jetzt hier einen Namen geben. Zum Beispiel Belichtung, heller, Kontrast, Plus. Bedeutet bei mir immer, es steigert sich. Und wenn ich jetzt auf das Burger-Menü klicke und ich bin auf einem anderen Bild, nehme mal dieses Bild nochmal, dann klicke ich hier auf mein Belichtung, heller, Kontrast. Mit einem Klick könnte ich diese Option jetzt auf dieses oder auf zig andere Bilder anwenden. Capture-On liefert dir auch je nach Werkzeug hier verschiedene Presets. Da musst du mal durchgucken. Aber entscheidend ist ja, dass du in Zukunft deine Presets speichern kannst. Und dann gibt es da noch die drei kleinen Punkte. Die werden von vielen von euch da draußen immer noch übersehen. Dabei bieten sie ganz viele verschiedene Einstellungen. Sub-Menüs nennt man das Ganze. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal hier die Ebenen, das Ebenenwerkzeug aufmache und ich klicke hier auf die drei Punkte, dann seht ihr ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, die sich zum Beispiel jetzt hier auf meine einzelne Ebene beziehen, aber auch darüber hinaus. Ich könnte zum Beispiel hier sagen, hey, ruf mir bitte von meinen Presets, also von meinen Farblooks oder Einstellungen, ruf mir einen bestimmten Effekt ab und lege ihn auf diese Ebene. Oder mach mir, und das ist eigentlich bei vielen Fenstern gleich, mach mir das Fenster noch größer oder automatisch größer oder kleiner. Das kann ich also bei ganz vielen, wo ich diesen Dialog habe, kann ich das machen. Und könnt ihr auch hier Werkzeuge entfernen, um mein Interface ein bisschen sauberer zu machen. Also die drei kleinen Punkte sind sehr, sehr wichtig und die solltet ihr euch unbedingt ansehen. Und wenn wir schon bei versteckten Submenüs sind, dann schauen wir auch noch ganz kurz auf die Mauszeiger-Werkzeuge. Auch hier, vielleicht gar nicht aufgefallen, gibt es diese kleinen Pfeile. Und wenn ich die jetzt einfach mal anklicke, in früheren Versionen als 23, musste ich die mit der linken Maustaste gedrückt halten. Dann kann ich jetzt hier sehen, welche Einstellungen sich eigentlich im jeweiligen Werkzeug noch verbergen. Wie zum Beispiel hier beim nach links oder rechts rotieren, gerade richten, frei anrichten. Ich kann das jetzt alles sehen, denn ich habe hier auch mein Submenü. Auch einfach toll zu sehen, dass es sowas gibt. Einfach mal die Software ein bisschen auf den Kopf stellen und alles anklicken. Ganz wichtig. Dann noch ein letzter Quick-Tipp für alle, die Ebenen und Masken nutzen und dementsprechend auch die Werkzeuge dafür brauchen. Es gibt Werkzeuge, die funktionieren nicht mit euren Ebenen und Masken. Die haben keinen Effekt. Damit ihr seht, welche Werkzeuge funktionieren und kompatibel sind, legt ihr euch eine neue Ebene an, egal auf welchem Bild. Und jetzt seht ihr plötzlich, dass bei den meisten Werkzeugen hier ein Stift dabei ist. Und jetzt seht ihr mal, eine Wignettierung kann ich nicht einmaskieren. Spricht ja diesen, man sagt dazu, Adjustment Brush Symbol, also dieses Symbol, nicht dabei und kann also nicht hier partiell in mein Bild eingetragen werden. Und wenn ihr jetzt hier einfach mal nach Belieben neue Effekte hinzuholt, auch Schwarz-Weiß zum Beispiel, ist in dieser Version hier nicht mit einer Maske kompatibel. Und warum erzähle ich euch das? Nun, weil ich zum Beispiel hier ein Tab habe, wo ich nur Werkzeuge habe, die kompatibel sind mit meinen Ebenen. Und somit könnt ihr ganz schnell sehen, was ist miteinander kombinierbar, was kann ich benutzen, was nicht. Also ihr seht, man lernt immer noch mal dazu, ganz praktisch. Last but not least, eine Funktion, die es erst in Version 23 gibt, deswegen ganz zum Schluss. Ihr kennt es vielleicht, ihr bearbeitet einfach mal feucht und fröhlich so ein bisschen dahin, macht euer Bild heller, Sättigung, egal was. Und all das geschieht auf der Hintergrundebene. Jetzt ist es aber so, dass ihr sagt, ich bin doch von einer Fraktion, die gerne bewusst dann diese Effekte nur hier und da einmaskiert. Ich will vielleicht gar nicht mein ganzes Bild bearbeiten. Ja, und dann ist es passiert, ihr habt schon alles auf der Hintergrundebene angewendet. Und jetzt würdet ihr auf einer neuen Ebene nochmal jeden Effekt übertragen und gucken, was habe ich da eingestellt. Müsst ihr nicht mehr machen. Es gibt da eine ganz praktische Geschichte, nämlich, ich klicke hier auf mein Plus, beziehungsweise auf diesen kleinen Pfeil neben meinem Ebenen Plus, bei dem ich ja ohnehin schon eine neue gefüllte Anpassungsebene, eine Kopierebene erzeugen kann, und wie auch immer, kennt ihr vielleicht, es gibt jetzt hier Hintergrund-Ebenen-Anpassungen, Hintergrund-Anpassungen auf neue Ebene verschieben. Und wenn ich das jetzt hier mache, hat sich erstmal nichts verändert, außer, dass ich jetzt hier eine neue Ebene habe und alle Einstellungen, die ich zuvor getroffen habe, sind jetzt auf dieser Ebene. Eine kleine praktische Funktion, die mir in der Vergangenheit auch schon hätte Arbeit auf jeden Fall ersparen können. Das war also mein Video zum Thema, versteckte Symbole und was sie so zu beinhalten haben. Es freut mich, dass ich mir wieder was für euch machen konnte. Es gibt einen neuen Kurs, nämlich Capture One in 90 Minuten, ideal für alle Einsteiger, Menschen, die noch nicht so fit in Capture One sind. Holt ihn euch, wer mich kennt, weiß, da wartet jede Menge Wissen auf euch. Und für alle, die schon ein bisschen mehr im Capture One Game unterwegs sind, Capture One Easy Work Styles, meine neuesten Styles, über 120 Möglichkeiten, eure Bilder schnell und einfach einzeln zu verändern. Auch jede Menge Stilpinsel sind da integriert, um euch das Bearbeiten spaßiger und zeitspannender zu gestalten. Und jetzt würde ich mich über eure Kommentare freuen. Habt ihr mich vermisst? War das Video hilfreich? Und wollt ihr wieder mehr Capture One oder seid ihr mittlerweile auf einem ganz anderen Programm? Lasst es mir mal wissen. Ciao.